Der Vortrag steht unter der Überschrift Babelby. Dahinter verbirgt sich ein Projekt, das wir, das ist eine Gruppe aus Hardware, Software und auch vorwiegend Energieleuten, vor einiger Zeit begonnen haben und jetzt ganz offiziell am internationalen Tag des Handtuchs, also dem 25. Mai, losgetreten haben, wo es um ein Open Source, Hardware, aber vorwiegend auch Softwareprojekt geht, mit dem Ziel Stromnetzanalyse und vor allen Dingen auch eine neue Form des Managements, des Stromnetzes zu ermöglichen, aber auch herzuleiten, denn interessanterweise gibt es da sehr viele Bausteine, die fehlen. Wir sehen das als einen Baustein und auch einen Experimentierbaustein, der die Wende hin zu einer anderen Energieversorgung schaffen soll. Der Begriff Energiewende wird seit vielen Jahren verwendet, ist eigentlich gar nicht so neu. Ich bin in verschiedenen auch erneuerbaren Verbänden aktiv. Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie ist einer davon, die jetzt dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Viele der technischen Hintergründe, gerade zu dem Stromnetzbereich, auf den ich auch eingehen möchte, um vielleicht die Notwendigkeit zu erklären, kann man auch in dem Vereinsheft nachlesen. Das gibt es auch digital im Internet, das ist die Sonnenenergie. Und wen das genau interessiert, der kann auch nachher kommen. Ich habe ein paar Exemplare dabei. Neben diesen gemeinnützigen Vereinsaktivitäten, wo ich jetzt seit zehn Jahren mich schon fast tummelt, bin ich auch als Berater gerade von Umweltverbänden in Berlin und Brüssel aktiv. Um ein bisschen den Wahnsinn, der sich da im Kontext dieses sogenannten Smart Grids anbahnt, vielleicht noch in Bahnen zu lenken. Und wenn man etwas nicht gut findet, dann hilft es meistens, wenn man auch einen Gegenvorschlag hat, denn einfach nur dagegen zu sein, war nie besonders erfolgreich. Das heißt, man braucht sicherlich eine bessere Gegenstrategie. Und wir haben angefangen, im Kontext der Elektromobilitätsdiskussion ein ganzheitliches System aufzubauen, wo es um Lademanagement und auch das Verwalten der extrem großen Ladeleistungen der Fahrzeuge ging. Und sicherlich auch mit dem Hintergrund, dass das Ganze billig, bezahlbar und flächendeckend sein muss. Die Diskussion war vielleicht zu früh oder sie war schon einfach viel zu weit technologisch fortgeschritten in unseren Köpfen. Wir haben über Dinge gesprochen, die wahrscheinlich sehr weit weg waren von der gelebten Realität der Energiewirtschaft und auch der Automobilindustrie. Wir haben damals angefangen zu fordern, dass man die Physik von der Logik trennen müsste. Wir haben also ein Modul gebaut, steckbar. Da konnte man, je nachdem, wie sich die Software und die Kommunikations-Hardware-Technologie befindet, nach unserer Vorstellung verschiedenste Module einplöppen und so mit der Zeit gehen, während die Physik des Stromnetzes und die Kontakte, die man dafür braucht, eigentlich sehr langlebige Sachen sind. Und Installationen im Stromnetz haben eine Lebensdauer von 50, manchmal sogar noch mehr Jahren, wohingegen nach fünf Jahren EDV-Technologie meistens komplett überaltert ist. Da sich relativ wenige Leute abstrakte Dinge vorstellen können, muss man immer konkret werden. Es ist uns wirklich gelungen, sogar ein paar Unternehmen zu finden, die uns geholfen haben. Wir haben also dann erste Prototypen gebaut, wirklich diesen steckbaren. Und daraus ist später der Begriff Onboard-Mieter geworden. Denn auch eine der Forderungen ist, dass man Stromzähler in Fahrzeugen haben muss, damit man sie nicht an der Straße installiert. Das ist auch ein datenschutzrechtliches Problem, wo wir gerne vorgebeugt hätten. Und auf der gleichen Hardware-Basis wie dieses steckbare Modul ist damals auch eine Variante entstanden, die man in der Infrastruktur verwenden könnte. Gleiche Hardware, etwas andere Klemmen dran, weil die Kabel in der Infrastruktur zwangsläufig dicker sind. Und das Dumme an der Physik von Kupfer und von Strom ist, es ist halt so, wie es ist. Und deshalb muss man dann mit entsprechend viel Quadratmillimeter auch klarkommen. Wir mussten vorwiegend damit klarkommen, dass kaum jemand verstanden hat, wovon wir reden. Und niemand wollte diese Idee aufgreifen und zu einem Produkt machen. Und wenn man dann selber anfängt in kleinen Stückzahlen, dann muss man realistisch sein, wenn man nicht auf etwas aufbaut, was bereits ein Massenprodukt ist, dann wird das alles so unbezahlbar, dass man auch nicht vom Fleck kommt. Und dann haben wir den Schritt 2012 getan hin zu einer eher industriellen Bauform. Das ist die DIN-Hutschienenverpackung. Die kann man billig auch im Elektronikshop kaufen. Und haben dann dort die Elektronik reingebaut, Kleinserie produziert und festgestellt, dass wir vielleicht ausgehend von der Fahrzeugidee ein paar Fehler gemacht haben für die Praxis. Denn in dieser Variante sind die Messspulen in dem Gehäuse drin. Und damit ist das unten so vollgepackt, dass da nichts mehr reingeht. Das bedeutet, man muss extern noch eine Stromversorgung dafür machen. Denn im Fahrzeug hatten wir 12 Volt, aber das findet man im Schaltschrank selten. Und wenn man dann auch etwas mit der gewonnenen Information machen will, dann muss man schalten und dann müssen sie auch noch ein Rallais daneben packen. Und auf einmal wird das Ganze breit. Und deshalb haben wir gesehen, wir müssen eigentlich die Idee umdrehen. Wir haben den nächsten Schritt 2014 dann mit ein paar Prototypen geschafft. Das ist jetzt einer von denen, die funktionieren. Und hier ist jetzt die Stromversorgung im Gehäuse. Es sind vier Relais im Gehäuse drin. Und die Messumformer und auch der Spannungsabgriff ist über steckbare Kontakte nach außen gelegt. Denn in der Realität ist Kupfer, das dick ist, verdammt störrisch. Und es liegt in der Regel da, wo es liegt. Und meistens kommt man da auch nicht hin. Das heißt, aus dieser Praxiserfahrung sind wir dann zu dieser Hardware-Variante gekommen, die ich dann jetzt auch noch ein bisschen näher vorstellen möchte, was der Hintergrund ist, warum und was man damit machen kann. Die Crowdfunding-Kampagne zu der Babelbee sollte eigentlich noch diesen Monat starten. Es gibt noch ein paar Komponenten, wo wir noch ein paar Sachen klären müssen, bevor wir richtig loslegen können. Aber wir hoffen, dass es bald tatsächlich in die Vollen geht. Und deshalb die Frage, warum braucht man das? Eine der Erkenntnisse aus der ganzen Experimentiererei der letzten sicherlich fast schon zehn Jahre ist, man sollte versuchen, eben mehr mit weniger zu machen. Und klassischerweise, wer sich heute mit dem Stromnetz beschäftigen will, das sind leider sehr, sehr wenige, obwohl es ein so relevantes Infrastrukturprojekt und wahrscheinlich noch ein viel wichtigeres Infrastrukturprojekt der Zukunft ist, ist sehr wenig Wissen über das Stromnetz vorhanden. Meistens würde man einen digitalen Stromzähler kaufen und wenn man dann aufpasst, hat man sogar noch einen erwischt, mit dem man reden kann. Mit den meisten kann man gar nicht reden. Die reden höchstens mit einem selbst und entscheiden selber, was sie einem sagen. Wenn man dann aber wirklich mit denen reden will, dann braucht man noch Computer, Adapter, Übersetzungsdinger will man schalten, ein Relaisbord, dann brauchen sie auch noch die Stromversorgung dazu und am Ende ist der Schreibtisch voll mit lauter Zeug. Und wenn man ganz genau nachrechnet, hat man auch relativ viel Geld ausgegeben. Ob das jetzt praxistauglich ist, ist dann die nächste Frage und wir glauben, dass hier das Bubblebee-Projekt sicherlich ein paar interessante Pro-Argumente mitbringt. Wir sind nicht nur deutlich kompakter und flexibler, wir haben wahrscheinlich auch noch deutlich mehr Features und wer so etwas verwendet, der ist auch deutlich näher an der Messtechnik heran. Das heißt, wir glauben, das Ziel, dass wir mehr mit weniger erreichen können, haben wir nach all den Iterationen, die wir da gedreht haben, wahrscheinlich erreicht. Aber die eigentlich entscheidende Frage aus meiner Sicht ist primär und was mich auch umtreibt, also ich habe früher als Unternehmensberater im Bankenumfeld Sicherheitskonzepte gemacht und damals noch Geld verdient. In dem Umfeld, wo ich mich jetzt seit langem tummle, da kann man seine Reisekosten meistens auch noch selber bezahlen. Das heißt, was treibt einen um? Und die Veränderungen in Energie und damit eigentlich auch im gesamten gesellschaftlichen Sektor werden brutal. Ich glaube wirklich, brutal ist das passende Wort. Sie sind es heute schon, nicht in Europa, aber in anderen Ländern und sie werden es weltweit auf einer ganz anderen Dimension noch werden. Und deshalb sollte man sich sicherlich auch damit beschäftigen, dass die Realität da draußen keine Rücksicht nimmt darauf, ob wir sie verstehen oder nicht. Das fällt besonders Rechtsanwälten, PR-Beratern, BWLern und Telefonhörer desinfizieren und all den Leuten schwer. Aber die Naturgesetze des Universums interessieren sich nicht dafür, wie sie verstehen. Sie machen einfach ihr Ding und wenn wir damit klarkommen, ist gut und wenn nicht, dann machen wir das Gleiche, was die Dinosaurier gemacht haben, wir gehen halt. Und was sind das für Naturgesetze? Die sehen ganz banal aus. Ein Naturgesetz. Es ist immer zu wenig Platz. Das ist ein klassischer Sicherungskasten. Und wenn Sie den mal aufmachen, die wenigsten Hausbesitzer wissen vielleicht wirklich, wie es da drin aussieht und sind auch froh, dass Sie nicht reinschauen müssen. Wenn man mal reinschaut, stellt man fest, der ist schon voll. Und versuchen Sie jetzt mal, dieses Sammelsurium, was auf dem Schreibtisch liegt, da reinzupacken. Da geht es schon mal los, man kriegt es da nicht rein. Also kompakt ist sicherlich eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist, das ist jetzt vielleicht die Vorstellung eines modernen westlichen Luxusmenschen, dass so ein Anschlusskasten aussieht. In der Praxis sehen die Dinger auch gerne mal so aus. Und das ist kein Bild aus dem Museum, das ist gelebte Realität in Europa. Das heißt, die Herausforderungen der Realität im Stromnetz sind sehr vielfältig, von da ist kein Platz bis zu, oh Gott, ist das alt, was mache ich hier? Und die Zukunft hat noch mehrere Herausforderungen, und eine davon könnte man mit dieser Zahl beschreiben. 80 Gigawatt Spitzenleistung ist das, was die Energiewende in Deutschland durch Wind und Photovoltaik vorwiegend in den letzten zehn Jahren an neuer Kraftwerksleistung in die Stromnetze gebracht hat. Für die, die jetzt nicht aus dem Energie-Exo kommen, ein Atomkraftwerk wird typischerweise mit einem Gigawatt gebaut, ein Block. Das heißt, das ist das Äquivalent von 80 Atomkraftwerken, die in den letzten zehn Jahren gebaut wurden. Das Glück ist, dass Sonne und Wind nicht gleichzeitig kommen, sondern relativ abwechselnd. Man hat also davon ungefähr die Hälfte in Spitze real am Netz, aber trotzdem sind das gigantische Größenordnungen, denn in Deutschland ist in Schwachlastzeiten das gesamte Stromnetz so grob mit 40 bis 50 Gigawatt angesetzt und in Spitzenlastzeiten mit 80. Was wiederum bedeutet, im Sommer haben wir in manchen Stunden Deutschland tatsächlich fast schon zu 100 Prozent aus diesen kleinen, blauen, bunten Platten, die auf den Dächern verstreut installiert wurden, versorgt. Das ist jetzt nur eine Zahl. Hinter dieser Zahl steckt aber eine Struktur und das ist die Struktur der dezentralen Energieversorgung. Auf der Webseite energymap.info, das ist einer unserer Beiträge zum Open Data Projekt, haben wir verschiedenste Auswertungen der Zubauzahlen und eine davon ist die Zuordnung der Anlagen zum Netzanschlusspunkt, das heißt zur Spannungsebene, wo die Anlagen hängen. Und im unteren Bereich ist das Niederspannungsnetz, das ist also das Haus- oder Gebäudenetz mit 230 Volt, 400 Volt und nach oben kommt dann die europäische Freihandelszone, die Übertragungsnetze mit teilweise 400.000 Volt. Und wenn man da in die Zahlen reinschaut, dann wird relativ offensichtlich, was dezentral bedeutet und oh Wunder, dezentral ist dezentral. 70 Prozent der gesamten Anschlussleistung der neu erbauten Kraftwerke hängt im Haus- und im Ortsnetz oder im Stadtviertelnetz, also Nieder- und Mittelspannung. Das sind traditionell die Netzebenen, wo fast kein Netzbetreiber weltweit weiß, was da unten passiert. Das gilt auch für Deutschland. Meistens sind die letzten Messpunkte irgendwo auf der Ebene von der Hochspannung zur Mittelspannung, aber da unten wurde in der Regel simuliert und Kupfer verlegt, aber nie nachgeguckt. Dort befindet sich im Sommer derzeit fast die komplette Energieversorgung Deutschlands und in den nächsten Jahren wird sich das noch massiv verschieben. Denn schaut man sich allein die Photovoltaik an, dann sieht man, dass 95 Prozent der Leistung da unten ist. Also im ungemessenen, unkontrollierten, unbekannten Umfeld, im Universum, wo keiner hinkommt. Nimmt man die Stückzahlen, haben wir in den letzten zehn Jahren fast 1,5 Millionen Kraftwerke neu ans Netz angeschlossen. Die Energiewirtschaft plant in Jahrzehnten zehn Jahre für die Planung, zehn Jahre für den Bau und dann 50 Jahre für den Betrieb eines Kraftwerkes. Und während die sich dreimal umdrehen, haben die Bürger und die kleinen Installateure fast das gesamte Energiesystem innerhalb von fünf Jahren auf den Kopf gestellt. Das waren die letzten fünf Jahre. Das wirft sehr viele Fragen auf und um dem Herr zu werden, erleben wir derzeit eine fast schon Hysterie. Das Wirtschaftsministerium hat Anfang diesen Jahres angekündigt, dass es in diesem Sommer ein Verordnungspaket für sogenannte intelligente Netze geben wird. Wer da mal reinschaut, stellt fest, da wird viel über Netze gesprochen, aber auch sehr viel über Stromzähler. Und eigentlich, wenn man es ganz genau liest, wird nur über Stromzähler gesprochen. Denn in diesem Sommer bekommen wir alle als Bürger diesen Landes eine Verordnung, die sagt, dass jeder über einem gewissen Verbrauch sich für 100 Euro einen Stromzähler kaufen muss, damit wir dieser Energiewende Herr werden. Und da möchte ich ein paar Fragen dazu sicherlich in den Raum stellen oder zwangsläufig in den Raum stellen. Denn hier gibt es einen nahezu unheiligen Zusammenschluss sämtlicher Akteure. Das scheint Konsens zu sein, dass man das machen muss, um in die Zukunft gehen zu können. Fragezeichen sind angebracht aus vielerlei Punkten. Ein paar reiße ich an. Das eine ist, wir sind ja noch lange nicht fertig. Das, was wir derzeit haben, ist vielleicht 10% der Energiewende. Also alles nochmal mit Faktor 10 skalieren. Wir werden es am Ende mit rund wahrscheinlich 300 bis 500 Gigawatt Photovoltaik zu tun haben werden. Die Anlagen werden vermutlich auch immer kleiner. Das heißt, wir werden es nicht mit ein bis zwei Millionen Anlagen, sondern perspektivisch mit 30 Millionen Anlagen vielleicht im Jahr 2030 zu tun haben. Das gilt es zu managen und zwar sicher. Das andere, was total faszinierend ist, ist, dass die Bilder, die da draußen kommuniziert werden, werden sich auch gleichen. Und ich frage mich, ob das deshalb der Fall ist, weil sie so schön bunt sind. Das ist eine der Vorstellungen von dem sogenannten Smart Grid. Jeder, der für eines dieser Kästchen verantwortlich ist, jede Industrie ist glücklich, weil sie vorkommt. Und meistens hört auf dieser Debatte, also auf dieser Ebene die Debatte dann schon auf. Das machen wir. Die strukturelle Frage beziehungsweise der strukturelle Fehler dieser Konstruktion wird selten thematisiert. Und ich möchte ihn mal kurz hervorheben. Das ist der da. Distribution Control Center, das ist der Netzbetrieb. Das ist der allwissende Puppenspieler, der jedem Kühlschrank sagen will, wann er zu laufen hat und wann nicht. Dazu muss man wissen, dass diese Betreiber in der Regel wirklich überhaupt nichts über das Mittel- und Niederspannungsnetz wissen, das sie derzeit betreuen. Und dass auch das die Akteure sind, die das Netz meistens per Telefon und Fax verwalten. Und auch das wirklich kein Witz. Krisenmanagement im Stromnetz bedeutet, die Mobilfunknummer des entsprechenden Netzverantwortlichen zu besitzen. Weitere bunte Grafiken, die sehr verbreitet sind, sehen so aus. Smart Grid Architecture Model, S-GAM, ein Exportschlager der EU. Wahrscheinlich auch nur, weil es bunt ist. Denn bereits auf dieser Ebene, das ist der Versuch, die Aktivitäten in diesem Raum des technischen Stromnetzes zu verorten, sind die Missverständnisse faszinierend, die Zahl der Leute, die das gänzlich durchblicken, was man damit machen kann und was nicht, überschaubar. Und die Ansprüche an das, was damit passiert, schier unrealistisch. Das Ding ist wirklich nur zum Orientieren. Geht man in die Details, also in die technischen Normen, gibt es ein buntes Sammelsurium von technischen Normen. Und auch hier gibt es Projekte, deren einzige Aufgabe darin besteht, den Überblick zu bewahren, wer an welcher Norm schreibt. Wenn man mal anfängt zu lesen, stellt man fest, da hat jeder angefangen, bei sich zu Hause was zu programmieren, also der eine bei Siemens, der andere bei ABB und der nächste bei General Electric. Und nach all den Jahren versucht man jetzt, Dinge zusammenzubringen, die niemals dafür gedacht waren, dass sie zusammenarbeiten. Dass es irgendjemanden gibt, der auch nur ansatzweise versteht, wo in dieser komplexen Struktur die potenziellen Fehler, Sicherheitslücken und Wechselwirkungen sind, ist nicht glaubhaft. Es gibt niemanden, der das kapiert. Trotzdem volle Fahrt voraus. Und ich habe früher Großunternehmen betreut und eine Sache, die man sicherlich sehr früh lernen sollte und die leider im Rahmen der Ausbildung den Leuten nicht oft genug erklärt wird. Systeme scheitern an ihrer eigenen Komplexität. Das ist eigentlich die zentralste Erkenntnis, die man immer dabei haben sollte, wenn man Entscheidungen trifft. Und dieses System, das sogenannte Stromnetz der Zukunft, das angebliche Smart Grid, ist schon auf dem Papier so kompliziert, dass die Inbetriebnahme und noch schlimmer die Wartung im laufenden Betrieb ein nahezu unmögliches Unterfangen ist. Da braucht man erst gar nicht anfangen. Es ist ein Konstruktionsfehler. Und wer das vielleicht ein bisschen verdauungsfreundlicher mal genießen möchte oder auch verschenken, der kann sich dieses Buch kaufen. Ich habe gesehen, dass die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen sogar mit dem Autor zu diesem Thema einen Kongress im April diesen Jahres gemacht hat. Das wird tatsächlich gelesen und was da drin steht, ist bis auf ganz wenige Details fachlich sogar relativ korrekt. Und wer es billiger haben will und kompakter, aber genauso schockierend, der kann einen Bericht des Büros für Technologiefolgeabschätzung sich herunterladen, das im Jahr 2011 dem Deutschen Bundestag überreicht wurde. Da steht das alles auch drin. Das Stromnetz ist das Rückgrat einer modernen technologischen Gesellschaft. Und wir basteln damit gerade rum, als ob das die nächste Zockerbude ist. Wir halten das in den Verbänden und auch wir, die sich in der Bubble Bee engagieren, für brutal gefährlich. Und um es auf einen ganz, ganz, ganz banalen Zusammenhang vielleicht zu reduzieren. Es geht im Kommunikationssystem, weil ich meine jetzt Kommunikation nicht mit Rauchzeichen oder Vogelgezwitscher oder so etwas, sondern in der technischen Kommunikation geht ohne Strom eigentlich gar nichts. Kommunikation ist abhängig von Strom. Was das Smart Grid und sämtliche Aktivitäten derzeit uns erklären, das notwendig ist und was sie tatsächlich auch vorhaben zu machen, ist, das Stromnetz abhängig zu machen von Kommunikation. Das ist ein perfekter Zirkelschluss und das schreit schon nach Katastrophen, denn den irgendwo sauber aufzulösen, wird nicht funktionieren. Wir warnen davor auf allen Ebenen, es beginnt langsam zu knirschen, aber noch nicht so richtig, dass sich was ändern würde an der Darstellung und wir sagen, es wäre sicherlich schön, wenn das Stromnetz etwas vielleicht verstehen würde von Kommunikation. Das heißt, wenn wir aus diesen Requires vielleicht ein Understands machen könnten. Es hilft, aber es darf auf jeden Fall nicht abhängig sein, das Stromnetz, von einem funktionierenden, auch noch so schön bidirektionalen Kommunikationssystem. Die träumen alle davon, das nächste Facebook oder Google der Stromwirtschaft zu werden, aber dafür ist diese Infrastruktur viel zu kritisch. Insofern vielleicht der nächste Merksatz, den man öfter mal auspacken sollte, ist, stabile, solide Lösungen zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie extrem einfach sind. Solche Dinge haben eine sehr lange Lebensdauer und tatsächlich einen sehr hohen Nutzen. Wie will man das jetzt in einfache Bilder packen? Ich versuche es mal so. Die meisten wissen, was eine Wettervorhersage ist und was man davon zu halten hat. Und was wir derzeit in der Debatte um das Stromnetz machen ist, dass wir beginnen, die Wettervorhersage mit dem Wetter zu verwechseln. Wenn es regnet, den Regenponcho rausholen, egal was die Wettervorhersage gesagt hat. Das ist eigentlich normaler menschlicher Verstand. Den schalten wir im Stromnetz derzeit aus. Das heißt, wir tun so, als ob die Wettervorhersage mehr über das Wetter weiß, als die Realität da draußen. Wir sind der Meinung, die Theorie weiß mehr als die Realität. Und das wird sich rechen. Ähnliche Strategien oder Strukturen findet man auch im Straßenverkehr. Ja, es gibt Verkehrsstaumeldungen, es gibt grüne Welle, aber am Ende rechts vor links funktioniert auch im letzten bulgarischen Bergdorf. Und genau nach dieser Klassifizierung sollte man das Smart Grid einordnen. Das ist wie eine Wettervorhersage, irre praktisch, wenn es funktioniert, aber wenn es nicht da ist, ist es auch egal. Es muss auch ohne gehen. Und was wir brauchen, ist das, was jetzt rechts oben eingeblendet wurde, das ist der Grid Code. Wir brauchen Verhaltensregeln und zwar technische Verhaltensregeln auf den Grundlagen der Physik des Stromnetzes, also auf der Basis der Realität. Und die müssen eingehalten werden. Die brauchen wir und so erstaunlich das für mich war, die gibt es nicht. Es gibt zwar Spielregeln, aber die funktionieren nicht für ein massiv verteiltes System, was das erneuerbare Stromnetz sein wird. Die sogenannte Smart Grid Technologie ist ganz nett, aber es ist maximal eine Kann-Option. Also es ist praktisch und man kann sie nutzen, aber die Entscheidung trifft immer die Physik und die Realität trumpft. Was ist die Physik des Stromnetzes? Irre kompliziert, viele studieren da viele Jahre lang, auch das, wenn man das vielleicht auf eine Folie runterbrechen will, wäre, es geht um die Spannung und die Netzfrequenz. Die Spannung, hier rot, als das lokale Signal über das Gleichgewicht und die Frequenz, zumindest in einem Drehstromnetz, als die Aussage über das globale Gleichgewicht im Gesamtsystem. Und man sieht auf dieser Grafik, das ist unter anderem eine dieser Langzeitmessung, also seit vielen Jahren machen wir sehr detaillierte Langzeitmessungen, weil wir waren auch erstaunt, Netze werden vorwiegend simuliert. Fast niemand hat echte Messwerte. Was, wenn die Netze da draußen sich schon anders verhalten, als wir sie simulieren, weil die ganzen neuen Verbraucher mit ihren Schaltnetzteilen auf einmal Dinge machen, die man vorher nicht gedacht hat. Aber selbst wenn sie eigentlich nichts davon verstehen und das zum ersten Mal sehen, die menschliche Mustererkennung sagt einem sofort, da sehe ich was, dieses grüne Gezappel, das hat doch ein Muster, warum muss das immer, wenn die grauen Balken sich wechseln, auf einmal so ausschlagen? Das, was sie sehen, ist der Effekt des internationalen Stromhandels. Die Märkte, weil sie im Stundentakt und jetzt im Viertelstundentakt, aber vorwiegend im Stundentakt agieren, verursachen zu jeder vollen Stunde messbare Störungen im Stromnetz. Das ist nicht der Wind oder die Wolke, die gerade vor der Sonne vorbeizieht. Die Spannung als lokales Signal wird im Moment noch viel zu wenig aktiv genutzt im Netzbetrieb und das ist ein Beispiel vom Schweizer Netzbetreiber, die Schweizer sind da ein bisschen weiter als wir. Da gibt es sogar schon auch ein Produkt, das ist in dem Fall die Alpic als Netzbetreiber, die das machen und die haben mal eine Art lokale Wettervorhersage oder eine Art lokale Wettergeschichte über die Spannung aufgezeichnet und man sieht sehr wohl, auch hier gibt es Muster. Das heißt, es gibt Zeiten mit einem niedrigen Druck in der Leitung, mit wenig Spannung, es gibt Zeiten mit hoher Spannung und entsprechend könnte man das Verbrauchsverhalten lokal, ganz individuell auf die Zustände des Netzes optimieren. Da muss man hinkommen, denn die Einspeisung, wenn sie von unten kommt, ist sehr lokal, es wird nicht mehr von oben mit der Gießkane runter verteilt und wir glauben, dass die Barbelbee als ein Projekt beitragen kann, das Wissen über das reale Verhalten im Stromnetz aufzubauen und auch beitragen kann, diese Algorithmen zu entwickeln. Denn es gibt keine Algorithmen, die erprobt werden und vieles, was wir in den letzten Jahren als sogenannte Netzanschlussbedingungen gesehen haben, waren Katastrophen. Die Netzbetreiber haben bereits zwei Katastrophen durch Wegschauen verursacht, einmal bei der Windkraft, einmal bei der Photovoltaik und wir sind im Moment dabei, mit Vollkaracho die dritte Katastrophe vorzubereiten, weil sämtliche Umrichter, die effiziente Elektromotoren antreiben oder auch Ladegeräte in Elektrofahrzeugen, sind so programmiert, dass sie bei einem Mangel im Netz die Nachfrage erhöhen. Also genau das Gegenteil davon machen, was ein vernünftiger Widerstand oder ein plumper Drehstrommotor in den letzten 100 Jahren gemacht hat. Die alte netzstabilisierende Technologie haben wir verboten und abgeschafft und wir bauen nur Technologie, die eigentlich die Probleme noch schlimmer macht. Die Bubblebee kann sehr genau messen, wir haben einen Messchip, komme ich später noch drauf, der mit 24 Bit diese Sachen untersucht und insofern ja, theoretisch könnten wir alles, bloß wir müssen irgendwann mal anfangen. So, was kann man jetzt mit diesem Modul machen? Ich habe es schon erwähnt, man kann Messsensoren dranstecken, man kommt wahrscheinlich auch in sehr eng bemessene Anschlusskästen rein, also die Voraussetzungen sind da, die technologischen Bausteine sind jetzt hier nochmal skizziert, will ich jetzt nicht im Detail großartig erwähnen, ich gehe vielleicht noch auf den da ein, der Messchip, den wir verwenden, ist einer von Analog Devices, der ADE 7880, das ist also ein sehr leistungsfähiges Gerät und im Vergleich zu anderen Maker-Projekten sicherlich einer der entscheidenden Merkmalsunterschiede, die wir mitbringen, wir haben einen Chip, wo man auf sämtliche Low-Level-Details dieses Stromnetzanalyse-Chips auch zugreifen kann, je nachdem, was man damit machen will. Softwareseitig relativ wenig Überraschung, es ist ein Linux-Kernel, der draufläuft, wir haben uns auch für OpenWRT entschieden, weil im Anschlusskasten braucht man jetzt nicht so viele Flachbildschirme, da ist man froh, wenn das Ding anständig kommunizieren kann und dafür wenig Ressourcen verbrät, das heißt, die Grundlage glauben wir ist eine sehr robuste, wir haben in das bestehende System unter anderem die Strommessung integriert, der Collect-Demon, der da draufläuft, erfasst jetzt auch die ganzen klassischen Stromparameter und vielleicht die nicht ganz so klassischen Stromparameter, man braucht also keine Kommunikation nach außen, um auch langfristige Messungen mit so einem Gerät zum Beispiel an dem jeweiligen Ort zu machen, weil wir es können, deshalb haben wir auch ein Oszilloskop mit drauf, das heißt, man kann sich nicht nur einen hoffentlich schönen Sinus von einem dreiphasigen Netz anschauen, der auch hier, die Spannungen sind nicht ganz symmetrisch, wie man erkennt, man kann sogar auch die Verzerrung natürlich, wenn man sich dann die Stromflüsse anschaut, die Schaltnetzteile für Ursachen anschauen, man wird sehr schnell erkennen, wenn man die Bilder sieht, dass Geräte einen Fingerabdruck besitzen, man kann sie wirklich unterscheiden anhand ihrer Verbrauchskurven, witzig ist, dass dieses Oszilloskop aktuell in einer Skriptsprache implementiert ist, das Zeug ist schnell genug, dass man das mit Lua skripten kann, sicherlich wird es noch in den Körnel reinwandern, dann hat es weniger Last und wird noch besser, wir wollen für dieses Projekt, bei dem es eigentlich fast mehr um, ich sag mal, Bildung oder Ausgestaltung von nicht fertigen Ideen geht, wollen wir den Zugang so einfach wie möglich machen. Lua scheint sehr verbreitet und sehr einfach zu sein in verschiedensten Communities, gerade auch in der OpenWRT-Welt, weil es ja eben maßgeblich das User Interface macht, deshalb haben wir jetzt Lua genommen, natürlich kann man alles mögliche drauf installieren, die Software wird bei GitHub für jeden zum Fork und Versions-Tracking auch bereitgestellt. Was wir planen wollen oder uns zumindest ganz genau anschauen wollen, um so einen Ausblick noch zu geben, sind zum einen die Technologie Delayed Tolerant Networking, das ist ein Protokoll-Stack, auch als Bundle-Protokoll bezeichnet, der für die intergalaktische Kommunikation derzeit erprobt oder etabliert werden soll, denn wir haben festgestellt, wenn man vom Wohnzimmer in den Keller geht, dann ist es meistens fast so weit wie von der Erde bis zum Mars. Im Keller gibt es kein Internet, das gilt für den Mars auch. Und die ganzen Probleme, die man versucht im Weltraum zu lösen, viele, wir haben vorhin ein Gespräch gehabt, das erinnert sehr stark an die Probleme aus den Zeiten von USEP und jawohl, das ist Door and Forward, das ist Technologie, die mit Störungen und zwar auch langfristigen Störungen in der Kommunikation klarkommt. Und wir glauben, dass das sicherlich ein sehr spannender Themenbereich ist, gerade für Messungen, die man irgendwo macht, wo wirklich kein Empfang ist. Eine andere Technologie, wo wir uns auch ein bisschen mit einklinken wollen, ist in dem der Energybus wird in absehbarer Zeit eine Art Standard werden, zumindest für Kleinstelektrofahrzeuge und auch mobile Energiespeicher. Die technische Voraussetzung bringt die Babelby mit, das ist ein Kanbus und der Protokollstack, auch da wollen wir mithelfen, dass es eine Open-Source Implementierung geben wird. Und weil das Ganze ein Maker-Kit ist, klar, wer will und wer es darauf anlegt, kann Root werden und kann installieren, was auch immer das Herz begehrt. Wir hoffen, dass sich genug Leute finden, dass wir eine Kleinserienproduktion organisieren können. Wie eingangs schon erwähnt, das Crowdfunding beginnt hoffentlich Ende diesen Monats. Wer sich vorab registrieren möchte, damit wir ihn dann darauf hinweisen können, wo er dann zeichnen soll, der kann sich jetzt schon mal anmelden. Und falls für bestimmte technische Aspekte im Nachgang noch Detailfragen sind, dann gucken Sie nach dem grünen Handtuch, das bin ich und das war der Vortrag zur Babelby. Ich hoffe, dass diese 30 Minuten sinnvoll investiert waren für Sie, für mich auf jeden Fall, denn das war der erste Vortrag zu dem Thema und ich hoffe, es werden noch mehr und insofern vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen GPN 15 noch. Falls Fragen sind, ich glaube, wir haben zum nächsten Themenblock, falls ich im Kopf auch noch Zeit, insofern könnten wir vielleicht noch ein paar Fragen machen, aber da ist eine Frage, ja. Magst du ein Mikrofon haben? Hallo, sehr interessanter Vortrag, neben den Auswertung der Analyse dem Echtzeit Oszilloskop, was kann ich noch damit machen? Was ist der praktische Nutzen, wenn ich den Kerl installiert habe? Ich bin da ein bisschen schnell drüber geflitzt, auf der Webseite sind so ein paar Anregungen, man kann damit machen, was man machen will, die banale Antwort, was bringt es mit? Wir haben, gut, hätte ich vielleicht doch länger stehen lassen sollen, CANBUS RS485, das sind die klassischen Industriebusse, wenn man mit Wechselrichtern oder anderen technischen Geräten im Energieumfeld reden kann, wir haben immer zwei davon, weil meistens sprechen die nicht das gleiche Protokoll, wenn man mehrere Geräte hat, also muss man auch manchmal übersetzen, das ist Babelbee, also wir hoffen, dass die Babelbee für das Stromnetz das macht, was der Babelfisch für die intergalaktische Kommunikation geschafft hat, wir hoffen, dass wir weniger Kriege provozieren, wir haben Relais an Bord, das heißt, man kann schalten, wir sind derzeit noch überlegen, wir haben derzeit bistabile klassische Relais drauf, 230 Volt 8 Ampere, es gibt viele Anwendungen, da ist es zu viel und vor allen Dingen ist es zu langsam, also wir werden wahrscheinlich das in der endgültigen Spezifikation entweder variabel machen oder abspecken, dass wir auch einen alternativen Schaltmechanismus drauf haben, wir haben gut Ethernet, USB, also kommunizieren mit allem, was geht, auch wenn unser Ziel ist, dass am Ende des Tages Kommunikation nicht stattfinden muss oder eigentlich sogar noch schlimmer nicht stattfinden darf, wenn es um das Stromnetz geht, aber da müssen wir erstmal hinkommen als Gesellschaft oder als Technologie Versteher und bis wir da sind werden wir wahrscheinlich extrem viel kommunizieren müssen, bis wir uns auf irgendeine Lösung geeinigt haben. Ob man jetzt damit sein Aquarium, seine Koi-Karpfen vielleicht überwachen will, weil wenn die Pumpe verstopft, sind die 1000 Euro teuren Dinger alle tot, ob man eine Oma-Totschaltung damit realisieren will, wenn die morgens kein Kaffee kocht, dann stimmt was nicht, fahre ich mal hin, genau anschauen und wenn man dann selber Verständnis von Machine Learning hat, könnte man erkennen, wann sich das Ding nicht mehr rund verhält. Das sind alles Dinge, die die Leute mit der Babelby machen dürfen und machen sollen, aber wir werden das nicht liefern. Das ist Teil dieser Open Source Community Entwicklung. Wenn sich was entwickelt, kann man drauf aufbauen. Es gibt in verschiedenen Bereichen Protokoll Stacks, die man dann drauf installieren kann. Unser Hauptanliegen ist eigentlich erst einmal, dass überhaupt so ein Gerät käuflich zu erwerben ist. Also wir hätten ja das Projekt nicht gestartet, wenn wir das hätten kaufen können. Das Dumme ist, man kann immer nur Geräte kaufen, die zugeknöpft sind. Wenn die nicht genau das können, was man haben will, hat man keine Lösung da draußen. und alles, was flexibel ist, ist entweder so groß oder meistens so teuer, dass es für eine reale Anwendung völlig ausscheidet. Also das Alleinstellungsmerkmal wäre eher, dass es die Möglichkeit bietet, mit einem vernünftigen Preis etwas im Stromnetzumfeld zu machen. Wer noch nie eine Steckdose installiert hat und nicht weiß, was ein Phasenprüfer ist, der braucht sich den Kopf auch nicht weiter zu zermalmen, Dann noch zwei Anschlussfragen. Erstens so Preispunkt, was wird es ungefähr kosten? 50, 100, 150? Was ist da so? Vermutlich drüber, weil wir davon ausgehen, dass es eine sehr kleine Stückzahl wird. Wir haben zwar einen Hersteller gefunden, der bereit ist zu produzieren und einer der noch ungeklärten Punkte ist, für zwei zentrale Komponenten haben wir keine fixe endgültige Preiszusage und solange wir den haben, werden wir also jetzt den Preis auch nicht kommunizieren, weil das ist unkalkulierbar in dem Fall als Variable. Wir gehen davon aus, dass es eben billiger ist, dieses Sammelsurium von Geräten, die man heute schon zusammenstecken kann. Wenn es das nicht ist, dann ist sicherlich die Anwendung eher unrealistisch. Okay, und meine letzte Frage, gibt es irgendwie eine Schnittmenge zu dem Volkszähler Projekt? Ich also ich verfolge Volkszähler schon seit Längerem, finde ich super, was die machen, die Schnittmenge wäre, ich gehe davon aus, man kann die Volkszähler Software einfach eins zu eins rüber portieren und hat dann Volkszähler drauf implementiert. Es gibt derzeit noch keine Kooperation, weil wir eigentlich eher die Basis bereitstellen wollen und das Ziel ist tatsächlich die Produktion der Hardware mit entsprechender Dokumentation der also die Kernel Treiber für den Messchip sind extremst rudimentär gewesen, wir haben da ein bisschen weiter gemacht, wir werden einige Features in den Kernel Treiber reinpacken, also das Oszilloskop muss in den Kernel rein, damit es schneller geht und noch mehr Auflösung gibt und all diese Dinge und in der nächsten Stufe wenn das erreicht ist, spricht nichts dagegen, also es gibt auch diverseste andere Projekte, die Unterschied wenn ich da schon dabei bin ist vielleicht der die meisten gucken immer nur auf die Kilowattstunde also das was man bezahlen muss die Arbeit und leiten vielleicht daraus dann die momentanleistung ab mit so Durchschnittswerten über die Zeit und das ist uns zu wenig Probleme im Netzen sind Blindleistungsanteile sind tatsächlich Leistungstransienten das spielt sich im echt kurzen Zeitabschnitt an die ja eigentlich also Sinuswellen man hat es ja gesehen die dann irgendwann kein Sinus mehr sind also Oberschwingung all diese Dinge das ist von dem klassischen ich will ein paar wenige Euro für meinen Strom zahlen verdammt weit weg aber wenn wir in die Forschung reinschauen stellen wir halt Schuhe und da ist das Ding und fang an dann wäre das Ziel das wir uns gesteckt haben erreicht was die Leute drauf aufbauen und machen es ist ein Maker Kit macht was draus danke gut alle glücklich schön dann schönen Tag mal VI configure inks plus das it говорит Rodriguez говорит gull 轉 nag